Ich habe Kontakt über eine Bekannte bekommen, die selber eine Nasen-OP letztes Jahr hat machen lassen und die mir die Klinik empfohlen hat und auch die Dame, die dafür zuständig ist. Ich hatte keine Nasenschmerzen. Ich hatte nur ein Druckgefühl danach, was normal ist. Nach ein paar Tagen kam das Jucken. Das bedeutet ja, dass Heilung im Anmarsch ist und ich hatte keine Schmerzen. Ich war nämlich selber sehr nervös und es ist auch nicht leicht mir von der Hand gegangen. Ich habe schon lange überlegt gehabt, bestimmt über ein Jahr und habe mich auch immer wieder mit meiner Bekannten ausgetauscht darüber. Die Organisation, die über sie lief, war hervorragend. Fand ich ganz toll und ich habe mich auch sehr aufgehoben gefühlt. Das war auch ganz wichtig. Also ich denke, es ist sehr, sehr wichtig. Nein, also ich kann nur empfehlen, die junge Dame, Sybelle, die sehr, sehr liebenswert ist und das uns alles ganz toll ergibt.